Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ich möchte natürlich auch nicht die Gewehre vorenthalten der Hersteller, wo ich jetzt kein extra Video darüber gemacht habe. Los geht's mit den Gewehren von Anschütz. Ihr seht hier die 9015 One Modelle, die 9015 Hunting. Dann am Stand vom Weihrauch, altbekanntes. Am Stand vom Umarex habe ich mir auch die Federdruck Luftgewehre angeschaut. Auch hier nichts Neues. Dann ein paar Aufnahmen vom Feinwerkbau. Jetzt zwei Gewehre vom Walter. Bei Air Arms habe ich auch vorbeigeschaut. Und auch hier diverse Modelle, PCP Springer. Ein paar Gamos. Bei dem türkischen Hersteller Kral Arms habe ich auch vorbeigeschaut. So, ich bin jetzt bei Kral Arms auf dem Stand. Und wir haben hier die Puncher Breaker. Die soll in diesem Jahr noch nach Deutschland kommen. Auch mit 7,5 Joule. Aktuell werden da noch Verklebstpartner für Deutschland besucht. Aber im Jahr 2018 sollen die dann eben noch nach Deutschland kommen. Als 4,5, 5,5 und 6,35 Millimeter. 200 Bar mit 280 Kubikzentimeter Kartusche. Ich habe es gerade schon in die Hand genommen. Das liegt wirklich sehr gut in der Hand. Schauen wir mal, was in dem her kommt. Und zum Ende hin noch von Calibro Gun ein paar Modelle. Das soll es dann auch gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaut euch die anderen IBA-Videos auch noch an. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt軟ig. Ich bin jetzt schon mal für dich. Ich bin jetzt auch nicht glücklich. Schaut euch, schau dich mal wieder. Ich bin jetzt schon mal raus. Bis zum nächsten Mal.